Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Going Medieval. Wir sind immer noch im tiefen kalten Winter, es wird allerdings minimal wärmer, wollte ich jetzt sagen, aber wir haben ja gerade erst mal 17 Uhr. Das heißt, es bleibt leider weiterhin sehr muckelig kalt. So, hier gibt es schon mal jede Menge rohe Fleischhaufen, das ist vorerst okay, solange die auch weiter verarbeitet werden. Wir haben verfügbare Forschung, wir schauen mal, was wir gerade haben. Verteidigungsanlagen 2, was hätten wir denn damit? Eine Metallfalle, jo. Fände ich gar nicht mal so verkehrt. Ich überlege aber gerade, ob wir nicht lieber entweder auf Holzwaffen gehen oder vielleicht mal uns Schilder ansehen. Bin ich gerade ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir lassen es erst mal laufen. Was hast du denn da hinten gemacht? Oh, was machst du hier hinten vor allem? Ach du Schreck! Kinnas, Mensch, was macht ihr denn da für ein Quatsch? Oh Gott, ich sehe schon, komm, ich werde die ersten verlieren. So, Mabel ist bewusstlos, das ist schlecht. Du, renn mal um dein Leben. So, du priorisierst, Mabel, sehr gut. Oh Gott, ey. Ei, 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 ei. Warum habe ich denn diese Wölfe da übersehen? Was ist das hier für ein Kadaver? Okay, sieht man nicht mehr, was das war. Naja, egal. Huch, das wäre jetzt etwas nah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war mir jetzt ein bisschen zu heikel, ehrlich gesagt. So, ich habe 2290 Holz. Das schreit doch geradezu danach, dass wir mir hier alles ein bisschen erweitern, oder? So ein bisschen Grenzerweiterung. Oh, ich, mich wurmt das so, dass man diese Löcher nicht aufschütten kann. Geht das wirklich nicht? Warte mal. Hm, nee, sieht nicht so aus, ne? Hm, schade. Na gut, es ist so, wie es ist. Weil wir könnten jetzt natürlich auch überlegen, unsere Felder zu verlegen. Oder unsere Felder einfach mit zu integrieren. Das ginge natürlich auch. Wir ziehen jetzt einfach mal hier so eine große Holzmauer. So, du verartest schon. Sehr gut. Durchbohrte Brust. Oh, shit, shit, shit. So, Siedler sind bewusstlos. Ja, du, okay. Okay, wer noch? Deine Wunde muss versorgt werden. Ei, 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 ei. Okay, da gibt es erstmal nichts weiter zu verarzt. Das muss jetzt einfach von selber heilen. Erstmal ist ja alles schon verarztet. Oh, Mann, oh, Mann. Das ist jetzt nicht gut. Okay. Okay. Ähm, so, dann würde ich sagen... Ziehen wir jetzt erstmal hier die Holzwände weiter. Was ist hier? Würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen und alles, was noch in Bäumen ist, könnte man denn hier abreißen? So man denn will. Achso, klar, die im Weg sind sowieso, aber... Ach komm, wissen wir was? Wir reißen dann auch die... Warte mal, welche Taste ist das? Yes. So, es ist Nacht. Schlafenszeit. So, verarztet bist du. Sehr gut. Ach, gut, jetzt musst du erst mal was futtern. Ei, ei, ei. Hoffentlich fällst du nicht wieder in Ohnmacht. So. Der Magen ist schon mal gefüllt. Das ist sehr gut. Auch für die Heilung nehme ich an. Du vermisst Unterhaltung und bist verzweifelt durstig. Ja, gut, okay. Wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir mit Nahrung jetzt mal ein bisschen vorankommen, weil... Wie viele Tage geht das denn immer? Zwölf Tage, okay. Acht haben wir rum. Das heißt, ein Drittel müssen wir noch. Das ist schon mal nicht verkehrt, aber... Wir müssen halt echt aufpassen. So, wir schauen noch mal in der Region, ob es hier irgendwas inzwischen gibt. Außer Einfluss, wovon wir nicht wissen, ob er was bringt oder beziehungsweise was er bringen soll. So, ihr seid wieder fleißig am Bauen, das ist gut. Schauen wir mal kurz, ob es hier irgendwo Wölfe gibt, die wir wieder übersehen. Ich möchte nicht nochmal in die Verlegenheit geraten, beinahe weggesnackt zu werden. Ach, guck an. Ein Kadaver, den könnte man mal einsammeln. Mach das doch mal bitte. Ein bisschen Fleisch ist ja noch dran. Oh, nur noch 9% frisch. Ei, ei, ei. Ach, ausgerechnet Turins sei jetzt hin. Ich hoffe, dass kein Wolf in der Nähe ist. Ach ne, Moment, ich hab sogar sie dahin geschickt. Ich dachte, sie wäre die Schwerverletzte. Huch! Mein Gott, warum bin ich nur so dumm? So, wir müssen einmal kurz schauen hier. Ach so, da sind wir schon dran. Sehr gut. So, was ist mit dir? Was ist da los? Vermisst religiöse Aktivität. Ah, warte mal, wir haben ja noch den zweiten Schrein, ne? Warte mal, Hölzerner Schrein. Eichenböden. So, den hier brauchen wir noch. Ach ne, da ist er doch, hä? Wo ist denn dann das Problem? Kannst du doch hier beten, so viel du willst. Was denn, hässliche Ausstattung, hallo? Das ist doch wunderschön hier alles. So, wie vielmals haben wir noch zwei? Ach, immer noch, gefühlt, unendlich viel. Stimmt, dass ja ganz was hier hinten noch liegt. Da könnten wir uns jetzt auch mal über die Zinnen Gedanken machen, oder? Dass wir die jetzt hier vor... Ich möchte das einmal mit einer Reihe testen. Dann setzen wir das da entsprechend einmal dran. Dass wir dann oben, wo ist es denn? Hier diese Holzzinnen draufsetzen können. Warte mal, nimmt er die jetzt weg? Ach, warte mal, lässt er die Zinnen dran auf der Ebene? Müssen wir da vielleicht... Oh, das wäre richtig fein, warte mal. Ähm, abbrechen. Okay, müssen wir anders machen. Einmal die Tastatur zur Hilfe. Weil, wie gesagt, ich hab noch nicht raus, wie diese Mechanik funktioniert. Wir haben es ja noch nicht getestet bisher, aber... Nee, die Zinnen sind jetzt auch weg. Ähm, dann wird das so nicht gehen. Nee. Okay, gut, wieder was gelernt. Gut, aber ist nicht schlimm. Wir haben ja hier, Gott sei Dank, genug Platz vorerst. Dann ziehen wir hier entsprechend mal ein bisschen was. Die Fallen lassen wir vorerst so. Aber ich hätte halt gerne hier ringsrum schon mal die Zinnen stehen. Und wie gesagt, da wir Holz gerade haben wie Dreck tatsächlich... ...gönnen wir uns. Oh, da vor Wunder leiden unter Kälte. Und das im Winter. Jetzt hab ich alles erlebt. Aber, ihr Lieben, dann solltet ihr mal reingehen. Denn drinnen ist es bedeutend wärmer. So, haben wir inzwischen weitere Forschung. Irgendwie geht's nicht voran, da. Hängt's an den Lehrbüchern? Ich glaube... Ja. Ach, guck an, jetzt haben wir auf einmal... Nee, Moment, es hängt am Lagerplatz. Das ist das Problem. Warte mal. Wir brauchen mehr Lagerfläche. Ja, komm, wisst du was, dann bauen wir hinten noch ein zweites Lagerhaus hin. Lassen wir mal zwei in jede Richtung frei. Ah, Moment, wie breit hoffen wir hier nochmal sein? Elf, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Holzboden natürlich auch rein. Also, Mabel, wie geht's dir denn inzwischen? Okay, keine Schmerzen, aber deine Trefferpunkte... Regenerieren sich nach und nach, das ist gut. Oh, Garwolf, der ist jetzt bei Stufe 19, sehr schön. Wohnen müssen versorgt werden, ja dann. Ach, du läufst gerade oben lang, ich war jetzt kurz irritiert. Wäre mal jemand so nett und versorgt ihre Wunde, bitte. So, komm, du bist noch wach. Einmal bitte die Wunde versorgen. Sehr schön. Kannst du Wundversorgung eigentlich gut? Wir schauen mal kurz an deine Skills. Wo sind sie? Medizin, sieben, neuer. Naja. Es genügt anscheinend erstmal. Und das ist die Hauptsache. So, wir können aber hier schon mal das Rebdach planen. Na, falsch, Moment. So. Asche, ey, ich brauche dringend mal einen Mülllagerplatz. Wo packe ich den denn hin? Warte mal, wie viel Asche habe ich? Haben wir das denn in der Übersicht? Nee, ne? Warte mal, dann. Abfall. Verdorbenes Fleisch, Gemüseabfall, Asche. Ne, ich würde sagen, Abfall nehmen wir hier dann mal raus. Ich hoffe, ihr packt den jetzt auch raus. Und legt den dann was weiß ich wohin. Ist mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache, der kommt erstmal weg. Und da steht er einfach nur im Weg. So, wir könnten jetzt Holzwaffen machen. Oder, oh, hier Möbel zur Stufe 2. Sehr schön. Rüstung. Och, Kettenhelme, sehr gut. Ich glaube, gerade Rüstung wäre natürlich für Moos. Oh, und Armbrüste, jo. Ich kann nämlich Ketten im Durchschlagen. Das wäre in der Tat auch sehr wichtig. Ich würde sagen, wir schalten die Armbrüste als erstes frei. So, Zinn an der Ecke. Dann gucken, dass sie doch richtig positionieren alle. So, und dann die geraden Zinn. Ich würde sagen, wir schauen. So, Lille. Na, guck, das sieht doch schon langsam, aber sicher so aus, als wüssten wir hier, was wir tun. Und jetzt würde es heimlich und sicherer werden. Wird noch ein ganzes Stück weit dauern, bis es das ist, gar keine Frage. Aber bisher gar nicht mal so schlecht. Warum bei den mechanischen Komponenten her? Was können wir denn hier bitte mit Mechanik machen? Eine Zugbrücke vielleicht später? Warte mal. Gibt's das hier? Mechanik? Nee, ne? Hm. Okay, kommt vielleicht noch, weiß man nicht. Also im Sinne von mit einem neuen Patch. Wird sich zeigen. Ich sehe schon, die haben Priorität auf Verteidigungsanlagen. Würde ich jetzt mal zumindest vermuten. So, dekorative Banner. Wollen wir die vielleicht trotzdem mal erforschen? Ich würde sagen, ja. Was brauchen wir da? Leinenstoff. Ach, den haben wir auch noch gar nicht, ne? Wir haben ja das Gerstenfeld, Kräuter, Runkelrügen, Kohl, Karotten, Flachsfeld. Dafür brauchen wir es doch. Können wir den Bereich nicht erweitern? Warte mal. Einfach wegen des Leinenstoffs. Also, Dorf, woher? Ja, du bist ja schafft, dann geh doch pennen. Ich könnte, glaube ich, hier noch ein bisschen was einrichten, oder? Warte mal, nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit für. Können hier noch so ein paar Wanddekorationen. Was haben wir hier noch? Ja, sieht doch ganz nett aus. So, wollen wir denn jetzt mal ein paar dekorative Banner hier... Ach ja, da war ja wieder... Da waren sie wieder mal in drei Probleme. Durch die drei Leinen, die ich brauche pro Banner. Gut, wird daraus nichts. Egal, können wir warten. So, wir sind schon bei Tag 10. Das finde ich sehr gut. Dann dauert der Winter nicht mehr allzu lange. Und wir können uns auch mal perspektivisch dann um die Waffen kümmern. Ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi Kowski. Bis down, vault, Staybkeh. Tschüssi Kowski. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi Kowski.